Ja, seht ihr, ist nicht gut, aber seht ihr, Pegasus Welcome Back Aktion kennt ihr ja. Vielen Dank nochmal an Pegasus Spiele für diese wirklich, wirklich tolle Nummer, die uns geholfen hat, die hoffentlich auch Pegasus Spiele geholfen hat. Gemeinsam kommt man halt auch cool durch so Problemsituationen. Das müssen wir jetzt umbauen, wegen, geht ja jetzt wieder los mit dem Spielbetrieb und ja, ich mach das jetzt einfach mal und dann gucken wir, was bei rumkommt. Alle weiteren Infos kriegt ihr in dem anderen Video, da mach ich hier irgendwo einen Link rein, also jetzt nicht hier in Instagram, sondern YouTube und so, da ist ein Link. Auf Instagram werde ich nochmal einen Link in die Bio packen, wie das so schön heißt, zu unserem Hinweis, wie die Öffnung vonstatten geht bei uns auf unserer Webseite, ne, genau. So, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt zugucken, wie ich da weitermache, außer ihr Instagram-User, weil bei euch geht nur eine Minute Video, also an euch, äh, tschüss und vielen Dank. Spielmarkt. Spielmarkt. Bis zum nächsten Mal. So, das war das Umräumen, Aufräumen, wie auch immer, der Pegasus Welcome Back Aktion. Jetzt haben wir noch eine weitere Aktion. Mal parallel mit dem Wiederaufmachen haben wir auch eine neue Sortierung für die Aktion Ober Spielwerk. Hier sieht es ein bisschen dünn aus, das ändere ich jetzt noch und dann mache ich Feierabend. Ist ja schließlich auch Sonntag, ne? Ciao!